Hallo und herzlich willkommen zu Ach Leid, dem Kurzformat alias Wer bin ich? Jürgen... Wir hatten jetzt schon 4 bis 18 verschiedene Bezeichnungen für dieses Ding. Ich finde meins wäre tatsächlich besser. Ja, bei deinem musste ich zumindest mal lachen, aber eher über meine eigene Dummheit. Oder A, der Kurzform von Ach. Herzlich willkommen zur Kurzform von Ach, auch bekannt als A. Nein, muss andersrum sein. 3, 2, 1. Und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. In kleinen kurzen Häppchen spielen wir einfach eine Runde Wer bin ich? Mit mir sitzen der Jürgen. Hallo. Und der Dominik. Hallo. Ich bin der Philipp und erzähle in 10 Sätzen von einer Persönlichkeit aus dem europäischen Raum. Und ihr dürft wohl raten, beziehungsweise kommentieren, wie ich wohl sein könnte. Wohl raten? Ey, wir werden es halt einfach mal voll so runter erklärt, so einfach aus der Hüfte. Der Mann hat Talent, den bringen wir noch ganz groß raus. Mein Kopf wurde 2014 anonym bestattet. Dein Kopf wurde 2014 anonym bestattet. Ach so, nee. Irgendein Kopf wurde geklaut vor ein paar Jahren. Das war aber so eine Sphinx-Statue, glaube ich. James Brown haben so irgendwie die Beine noch abgesägt am Schluss. Aber wir haben ja aus dem europäischen Raum. James Brown hatte anscheinend so viele uneheliche Kinder und da gab es so viel Hässel, was das Erbe angeht, dass sie echt ein paar Mal, also ich glaube drei Mal seinen Körper exhumiert haben und noch irgendwelche DNA-Spuren und einmal haben sie ihm die Beine abgesehen. Und dann haben sie die immer wieder verloren. Ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall völlig würdelos, was dem widerfahren ist. Vor allem, weil es das Schöne dran ist. Getaune! Beerdigung! Getaune! Getaune! Sehr schön. Nein, also ich glaube, wir brauchen die Frage 2. Ich würde gerne noch ein E kaufen. Ich bin im Jahr 1879 in Hannover geboren. Hannover? Ist das, nee, die Piratenzeit ist da auch schon rum, oder? 1879. 1879. Es ist nicht Klaus Störtebecker. Nein. Es ist Karl Zeiss? Nein. Karl Zeiss? Ja, was weiß ich. Okay. Nein, es ist nicht Karl Zeiss. Ich war Schlosser, Unteroffizier, bis ich Halluzinationen hatte und damit meine Arbeit verlor. Schlosser und Unteroffizier. Was jetzt nicht unbedingt in einem Zusammenhang stehen muss. Nee. Also er hat Schlosser gelernt und Unteroffizier war er danach. Er war aber nicht U-Boot-Kommandant. Nein. Leitender Ingenieur? Nein. Hat er eine Fortbildung genossen? Nein. Okay, ich sehe schon, da kommen wir nicht weiter. Ich setzte mich in die Schweiz ab, kam aber 1899 zurück. Das heißt, er hat irgendwas ausgefressen. Er hat was ausgefressen, ja. Oder er wollte halt Steuern sparen. Ich bin nicht sicher, ob das damals war. Er hat sich in die Schweiz ab. Mega attraktiv. Ich setze mich in die Schweiz ab, um Steuern zu sparen. Die eigentliche Frage ist, warum kommt er wieder zurück? Wenn die ihn schon nehmen? Ich frage mich, ob das das gleiche Verbrechen ist, weshalb er auch seinen Kopf verloren hat am Schluss. Das heißt ja nicht, dass er ihn verloren hat. Das heißt ja nur, dass du anonym bist. Vielleicht war der Rest vom Körper noch dran. What? Das macht überhaupt keinen Sinn, was du sagst. Wenn man ihn zum Kopf übereinbuddelt, weißt du? Nee, okay. Also er ging in die Schweiz und kam zu. Wann war das? 1899 kam er zurück. Wie alt war er da? So viele Fragen. Relativ jung. Wenn er 79 geboren ist, war er 20. Er müsste 20 sein, genau. Okay, also dann nur, dass ich was gesagt habe. Wilhelm Tell. Nein. Wilhelm Tell war natürlich in Hannover geboren, richtig. Ja, was die wenigsten Leute wissen. Wilhelm Tell war schon eine fiktive Figur, ist ja klar, oder? Ja. Ich wollte was sagen. Der kam natürlich nicht aus Hannover, Wilhelm Tell. Der kam aus Lübeck. Bitte fahren Sie fort. Wegen der Nahrungsmittelknappheit kam ich an viele meiner Opfer. Oh, Opfer. Also hat er deutlich was ausgefressen. Er hat was ausgefressen. Na, Opfer hat. Mit 20 schon. Wieder die Frage, warum kam er dann zurück? Vielleicht hat er in der Schweiz noch mehr ausgefressen. Vielleicht hat er auch eine Fanbasis, die sich für ihn eingesetzt hat. Total viel Follower auf YouTube und so. Oh, die haben, okay. Wenn du mir überlegst, dass Charles Manson bis jetzt noch Fans hat. Ja, das stimmt. Der hat ein paar schlimme Sachen gemacht. Das Anziehen des Mobiden. Aber war nochmal dieses Thema Nahrungsmittelknappheit, müsste man vielleicht nochmal überdenken. Aber das Nahrungsmittelknappheit in der Schweiz. Nee, die war nicht nur in der Schweiz. Das war europaweitige Nahrungsmittelknappheit. Und er kam wegen der Nahrungsmittelknappheit an seine Opfer. Das heißt, er hat die Schwachen und Gebrechlichen. Ich komme mir vor wie eine Tierdoku. Das ist purer Darwinismus. Am 19. Dezember 1924 wurde ich zum Tode verurteilt. Hat er aber nochmal lange sein Unwesen getrieben. Boah, ich befürchte, das ist echt eine Zeit, wo ich ultra wenig Leute kenne. Ah ja, das war auch. Da war ich so wild unterwegs. Ich kann mich echt an ganz wenig erinnern. So viel Droge. Ich kann mich ganz wenig erinnern aus der Zeit. Das ist ganz nebulös. Manche kennen mich aus Theater und Film über mich. Theater und Film über mich? Der Brandner Kasper. Der Brandner Kasper. Oh, schön. Ich glaube, der war auch nicht echt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Theater über mich. Das heißt, er ist ein schlimmer Bube, über den es Theaterstücke gibt. Der Struppelpeter. Der böse Wolf. Der böse Wolf. Der gestiefelte Kater. Halt, nee, der war nicht so. Der war nicht so böse. Der stiefelnde Kater. Der stiefelnde Kater. Und der hat immer die armen, schwachen, ausgehungerten Mäuse gefressen. Ich beginne. Ich beging meine Taten aufgrund meiner Neigung zum Adamsapfelbiss. Adamsapfelbiss. Okay, jetzt ist es eindeutig bewiesen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe in meinem ganzen Leben das Wort Adamsapfelbissen noch nie gehört. Er sagt so, als wäre es ein Ding. Wer kennt es nicht? Der Adamsapfelbiss. Ich frage mich, ob das wirklich das ist, was es klingt, zu sein Schein tut. Ob es klingt, was es sein Schein tut. Also hat er den Opfern in den Adamsapfel gebissen? Dann hat er ja nur Männer. Quasi. Ja. Gab es einen deutschen Vampir? Nosferatu. Klaus Kinski. Klaus Kinski, auch schön. Fällt mir wenig zu ein. Nee. Vielleicht ist es gar kein Mensch. Sondern ein Schwein, das tot verurteilt wurde. Ein Edel. Referenz auf Folge 1. Also so ein Löwe zum Beispiel, der beißt doch auch mal seine, ah nee, in den Nacken, oder? Das ist eine Katze, die beißen immer irgendwie. Ein Löwe. Irgendein Kind in den Nacken. In Europa haben wir erstaunlich wenige Löwen. Nee, aber es gibt doch Tiere, die dir direkt an die Kehle springen. Ja. Ist auch ganz effektiv, habe ich mir sagen lassen. Ich wurde wegen des Mordes an 27 Menschen angeklagt. Wie er uns halt schon gar nicht mehr irgendwie abwartet, dass wir sagen, es soll weitergehen. Er traut uns halt überhaupt gar nichts zu. Ja, und als ob das jetzt nicht eh schon klar wäre. Also das ist hier mal völlig überflüssige Information. Naja, also Mord. Bisher hat er ja nur gesagt, er hatte Opfer. Das hätte auch Steuerbezüge sein können. Okay, und dass man an einem Adamsapfelbissen und nicht über den stirbt, ist eigentlich auch ganz klar. Das könnte ja auch irgendwie awkward sexual practice sein. Einen deutschen Massenmörder zwischen den beiden Weltkriegen. So. Da fern jetzt doch bestimmt hunderte ein. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Mir fällt in der Tat immer wieder Götz-George ein. Der hat einen Film gedreht, mal Der Totmacher. Ja, das stimmt. Bing, 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 bing. Das stimmt aber nicht weiter. Ist es wirklich? Ja, genau. Was? Ich bin der King. Ich habe nur keine Ahnung, wie der Typ heißt. Wollt ihr noch Nummer 10? Ich verkaufte Fleisch und Fleischkonserven. Woher auch immer das Fleisch kam. Ist es wirklich der Typ aus dem Götz-George-Tipp? Ich bin zu gut. Okay. Ich bin, glaube ich, noch blöder, weil ich weiß auch nicht, wer er heißt. Es ist Friedrich, Fritz Heinrich Karl Hamann. Auch bekannt als der Vampir, der Schlechter, der Kannibale oder auch der Werwolf von Hannover. Der Werwolf? Der Werwolf ist auch so ein roter Faden, der sich durch die Folgen zieht. Ja, und der Todmacher war eben genau der Name von dem Film, in dem tatsächlich auch Götz-George diesen, ja, in diesem Kammerspielartigen Film seine Rolle eingenommen hat und praktisch das Verhör von dieser Person nachgespielt hat. Okay, hatte ich nicht, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich selten so stolz auf mich selbst war. Ja, und jetzt, da du den ja offensichtlich kennst, sag nochmal all seine Vornamen. Äh, Fritz Hering. Fritz Hering. Franz Friedrich, Fridolin. Ja, eigentlich nur Friedrich und Friedrich, Heinrich und Karl. Was? Friedrich und Friedrich und Heinrich und Karl. Nee, 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 ich hab mich hier verlesen. Friedrich, Heinrich und Karl. Und Fritz war dann nochmal der Spitzname. Ah, okay. Wahnsinn, was man nicht alles lernt hier. Ja, und was euch das Schönste findet, dass ihr von Anfang an gesagt habt, der hat bestimmt was ausgefressen. Der hat bestimmt was aufgefressen. Na dann, ich würde sagen, folgt uns auf den sozialen Medien, bewertet uns bei Tunes und so weiter. Aber die Kollegen haben noch was zu sagen. Träumt was Schönes. Nicht. Und.